So, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Dorfbesuche. Ja, und heute gibt es einmal normale Dorfbesuche und einmal jetzt in dieser Episode schon mal die Dorfbesuche, wo jeder einen Goldpass bekommt. Aber dadurch, dass so viele Leute mir eine E-Mail geschrieben haben, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür, habe ich mir gedacht, wir besuchen gleich auch nochmal ein paar Leute, einfach mal so. Und ja, ich hoffe, ich mache euch damit eine Freude. Wenn ihr weitere Dorfbesuche haben wollt, lasst doch gerne einen Like da und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Ich würde mal sagen, wir fangen mal direkt an. Ich muss allerdings dazu sagen, der erste jetzt auf der Liste. So, das erste Kürzel von Demon Wolf ist Q8VGJP0YG und wie... Ups, Moment, da hat sich schon ein Fehlerteufel eingeschlichen. Q8... Schreibt mir auf jeden Fall noch, ob du auf Android oder auf iOS spielst, denn ich musste ja die Gutscheinkarte noch zuschicken. Das wäre noch wichtig, ne? Du willst ja die Gutscheinkarte erhalten und du musst natürlich die richtige Gutscheinkarte erhalten. Demon Wolf, da ist er doch. Also, The Blood Wolves, 43 CW-Sterne und gleichzeitig auch 43 gewonnene Angriffe. Äh, gespendete Truppen kann man halt nie genau sagen, weil er ja den Clan kürzlich erst gewechselt haben könnte. Deswegen, Zehner König, Sechster Königin. Ja gut, klar, beim Gold und beim Elixir 48 Millionen und 47 Millionen geklaut. Da kann man noch nicht ganz so viel zu sagen. Äh, er hat jetzt auch in seiner E-Mail nichts großartig geschrieben, was zu seinem Dorf. Aber ich würde mal sagen, wir gucken mir den Clan mal an. Das ist der The Blood Wolves Clan. Hier wird aktiv gespendet und Clan-Kriege finden regelmäßig statt. Na gut, wir gucken mal drauf auf den Demon Wolf. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Man sieht natürlich noch, dass einige Mauern, ja, die man natürlich auch irgendwann noch dazu bekommt als neue Mauern, dass die noch auf Level 7 sind. Dann sind die teilweise schon auf Level 8, Level 9, Level 10. Da musst du ein bisschen aufpassen. Allerdings, zumindest hast du die äußeren Mauern jetzt noch alle auf 7 gelassen, bis auf die hier. Das ist noch in Ordnung. Base Design finde ich ist ganz cool. Lager ist immer ein Magierturm in der Nähe. Da würde ich aber auf jeden Fall noch tauschen. Die Kanone. Die Kanone definitiv noch mit dem Magierturm tauschen. Kann ich nur empfehlen, äh, Rathaus mittig. Ja, das Problem finde ich jetzt hier ein bisschen die Minenwerfer. Die Minenwerfer sind mir ein bisschen zu mittig und zu sichtbar sammeln. Denn was du bei den Minenwerfern natürlich immer siehst, dass die sich jetzt hier ziemlich überschneiden, ne, und auch nicht so ganz alles abdecken. Da fände ich es persönlich besser, wenn du da vielleicht noch das tauscht. Da kannst du die Clanburg hinstellen. Da kannst du das Dunkellager hinstellen. Da kannst du die Königin hinstellen. Da kannst du den König hinstellen. Denn dann hast du einfach die Minenwerfer ein bisschen weiter verteilt und auch ein bisschen, äh, ja, auseinander, ne, und die decken dann ein bisschen mehr ab von der Base. Finde ich persönlich ein bisschen besser. Ansonsten ist das eine sehr schöne Base. Was man natürlich noch sagen kann, logisch, die Mauern muss, ja, erstmal definitiv alle auf 8. Also wenn du die Außen schon mal alle auf 8 machst, dann hat das schon mal einen ganz anderen Effekt. Ich meine, da bist du ja jetzt auch schon bei. Alle auf 8 und dann erstmal alle auf 9. Und wenn du sie dann alle auf 9 hast, dann erst die nächste 10er Mauer machen. Aber insgesamt ist das auf jeden Fall schon mal eine schöne Base. Luftabwehr ist in einer Linie. Könntest du theoretisch auch noch ein bisschen verteilen. Aber nun gut. Insgesamt muss ich sagen, eine sehr schöne Base von Demon Wolf von The Blood Wolves. Eine Farm Base. So. Wir gucken mal weiter. Community Spieler suchen. Der nächste ist... L-Y-C-9-V... Moment. V-8-2-L-V. So. Crazy Cat. Frontline Gold. Ich hoffe, das ist der Richtige. Hoffentlich. Ah, okay. Es ist zumindest schon mal ein deutscher Clan. Von daher wird das wohl relativ so sein. Hast du die aktuelle 3-Sterne-Taktiken drauf und bist bereit für Dauerkrieg, dann bewirb dich Aussagekräfte und hol dir schon mal die Discord-App. Ja, Wolski. So sieht das aus. Level 22 Clan zur Film war schon mal nicht schlecht. Das ist jetzt der Gabriel, den wir besuchen. Ich hoffe, das ist auch der richtige Account. Aber es wird schon passen. 204 CW-Sterne, 53 gewonnene Angriffe, 1500 Truppen gespendet. Oh, 50er König, 50er Königin, 20er Warden. Das ist doch schon mal super. Die Skins sind auch am Start. Der neue, äh, der große Wächterskin. Der Golem-König und die Party-Königin. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. 391 und 384 Millionen gefarmt. Ich glaube, das Dorf wird super solide sein. Wir werden da mal drauf gucken. Ich glaube schon. Sehr, sehr solide. Ja, das ist es auf jeden Fall. Der Boost wurde hier pausiert bei ihm. Deswegen ist das noch orange am Leuchten. Sieht ganz cool aus. Die Mauern sind schon fast alle auf Level 11. Ein paar Mauern sind auf Level, äh, auf Level 12. Entschuldigung. Ich vertue mich da immer ein bisschen, weil du ja irgendwann den Sprung hast, dass quasi die Mauern höher sind als das Rathaus-Level. Das ist hier ja auf jeden Fall auch der Fall, ne? Hier sind die Level 12 Mauern. Hier sind noch die Level 11 Mauern. Und die Level 12 Mauern sind die, die zu Rathaus 11 gehören. Davon hast du fast alle fertig. Außen noch ein paar. Aber ansonsten sieht das schon mal gut aus. Das Base-Design kenne ich auch. Es ist natürlich alles ein bisschen sehr dicht zusammen, aber das macht im Endeffekt auch nichts. Würde ich auch fast schon so ein bisschen als, ja, würde ich schon als Hybrid-Base bezeichnen, weil du ja doch das Rathaus relativ mittig hast und auch gut geschützt. Infernus dicht beisammen mit der Adler-Dev, das finde ich ein bisschen problematisch, denn damit hast du dann das Problem, dass du halt mit einem Freeze hier super viel auf einmal kriegst und vor allem natürlich auch, äh, Moment, die Feger stehen da und da. Ich kann dir ja mal sagen, wie ich jetzt hier vorgehen würde. Ich würde die Luftabwehr hier aus dem Spiel nehmen, würde mit dem Zeppelin hier durchfliegen und würde versuchen, so weit wie möglich, ja, im Endeffekt könntest du, wenn du Supermagier im Zeppelin hast, könntest du bis hierhin fliegen, ansonsten musst du bis dahin fliegen, dass der dann bei der Adler-Dev oder zumindest hier in diesem, in diesem Bereich hier runterkommt, dass der halt relativ viel auf einmal erwischt. Finde ich in der Mitte vielleicht ein bisschen zu sehr gedrängelt alles, aber das musst du dann mal sehen, je nachdem, wie dein Verteidigungs-Log aussieht. Insgesamt, aber vor allem von dem Fortschritt her, richtig gut schon, also ein richtig, richtig solide Rathaus-Elf-Base, finde ich. Sieht schon mal ganz gut aus. Ich weiß, natürlich bei den ganzen Gebäuden, da ist es immer etwas schwierig, da den Überblick zu behalten, aber man kann es sich zumindest so ein bisschen merken, finde ich zum Beispiel bei so einer Kanone, weil du ja da auch diese, diese orange-weißen Elemente mit drin hast, die es dann vielleicht so ein bisschen noch unterscheiden, ne, von Rathaus 10. Ansonsten teilweise, finde ich, ist, ja, Rathaus 8 habe ich noch einen ganz guten Überblick, Rathaus 9 geht auch noch, aber so Rathaus 10 und 11, finde ich, ist doch teilweise, wenn du das nicht mehr spielst, doch ein bisschen schwierig, da jedes einzelne Gebäude dann zu unterscheiden, ob das jetzt schon Rathaus 11-Niveau ist oder ob das schon Rathaus 10-Niveau ist. Was man immer ganz gut machen kann, man kann sich immer ganz gut an den Mauern orientieren, wenn jetzt zum Beispiel jemand wie er schon die Mauern fast alle fertig hat, dann ist es eigentlich ein Indiz dafür, dass die Gebäude auch fast alle fertig sind, denn niemand macht eigentlich die Mauern zuerst. Das ist einfach so. Niemand macht die Mauern zuerst und darauf erstmal einen Schluck Kaffee, und dann ist es einfach so. So, dann würde ich mal sagen, das war der Gabriel. Das markiere ich mir jetzt mal eben ganz schnell in meiner Liste, dass ich euch beiden schon besucht habe. Und jetzt gucken wir mal weiter. So, Community-Spieler suchen. P9UP9Q8YP Bailey28, German War und derjenige heißt Ben. Gabriel übrigens aus Österreich und spielt auf Android, das noch vielleicht als Information dazu, ist eigentlich aber nicht so wichtig. German War, herzlich willkommen im Clan German War. Wir sind ein lustiger Haufen, der gerne für ein gemeinsames Ziel kämpft. Deswegen für Spaß und Abenteuer bist du hier richtig. Jawollski, wenn ihr noch einen Clan sucht, hier sind 38 Leute drin, dann guckt gerne mal vorbei. So, 117 gewonnene Angriffe, das ist natürlich schon mal ganz cool. 2.200 gespendete Truppen, das zeugt auch von Aktivität. Oh, ja, da hat er den. Äh, das war doch der vom letzten Jahr oder nicht vom chinesischen Neujahr, glaube ich, vom letzten Jahr. Glaube ich. 201 Millionen Gold und 196 Millionen Elex. Das sieht man schon aber einen kleinen Unterschied, ne, zu dem eben bedeutet, ich glaube, du wirst noch nicht so ganz so weit sein. Du wirst noch nicht so viele Mauern auf Level 12 haben, wie unser Kollege Gabriel eben. Und das sieht man auch ganz deutlich. Er macht aber nichts. Und ah, und jetzt sieht man endlich den Unterschied zwischen den Kanonen. Ja, das ist nämlich Rados 10 Niveau und das, was wir eben gesehen haben, war Rados 11 Niveau. Das macht aber auch absolut gar nichts, denn jeder, ja, jeder ist natürlich auch anders unterwegs in diesem Spiel. Und es gibt kein richtig und falsch, das sage ich immer ganz eindeutig. Das ist das Geile bei Clash of Clans. Und lasst euch das nicht einreden, dass es hier ein richtig und falsch gibt. Ist meine gut klar, bei Angriffen gibt es dumme Sachen, die man machen kann. Und es gibt natürlich auch Sachen, die ich nicht empfehlen würde, wie zum Beispiel das Dorf zu rushen. Aber falsch, in dem Sinne ist es nicht. Es bringt dir halt persönlich Nachteile, aber dieser Kollege hier ist natürlich jetzt auch nicht, ja, es ist jetzt nicht so weit gerusht. Denn, was jetzt hier ganz wichtig ist, auf keinen Fall jetzt das Rados natürlich weiter verbessern, bevor du jetzt zumindest erstmal alle Mauern auf Level 11 hast. Bedeutet Level 11 das Orangene. Base finde ich ist so eigentlich ganz gut, würde ich auch eher als Hybrid bezeichnen. Rados ist halt sehr mittig, Arterdorf ist ein bisschen weiter weg, das finde ich immer ganz gut. Infernus sind auch zumindest ein bisschen weit auseinander, ist in Ordnung. X-Bögen mittig, Luftabwehr ist verteilt. Ja, halt die Minenwerfer oben finde ich ein bisschen zu dicht beisammen. Vielleicht könntest du die noch ein bisschen weiter wegrücken, das wäre besser. Ansonsten ist das wirklich eine sehr solide Base. Die Frage ist, was ist damit? Warum steht der außen? Warum ist da eine Lücke und warum ist da noch die Blume? Vielleicht hat er keine Schaufel mehr übrig, das weiß ich jetzt allerdings nicht. Ich finde es immer echt super, solche Dörfer zu besuchen, ein bisschen was zu sagen. Vor allem, man sieht ja auch dadurch, wenn man jetzt die Leute besucht, man sieht so viele unterschiedliche Dörfer, ne? Ich meine, wir hatten jetzt fast Rados 11 bei dem vorherigen Besuch auch, aber selbst da sieht man ja jetzt schon deutliche Unterschiede. Und das finde ich, ist einfach das Geile bei Clash, dass du da so viele unterschiedliche Sachen siehst und so viele unterschiedliche Dörfer siehst, so viele unterschiedliche Layouts siehst. Du kannst machen, was du willst damit, mit deinem Layout. Das ist auf jeden Fall, finde ich, ein sehr schönes Layout. Hier hat er natürlich noch da die leuchtende Laterne mittendrin. Ich vermute einfach mal, dass ihm da die Schaufeln gerade fehlen. Aber insgesamt, Dschungelszenerie am Start, ist das eine richtig schöne Base. Auf jeden Fall, dranbleiben ist lohnt sich ja. Sieht man ja hier. Also wenn du jetzt dranbleibst, du machst die Mauer noch, du bist ja dabei, die Gebäude zu verbessern. Wir sehen ja auch, er hat ja die Arbeiter auch beschäftigt. Also hier sehe ich jetzt einen, äh, die Königin wird verbessert, der Bogenturm wird verbessert. Das sind ja schon mal drei Arbeiter jetzt auf den ersten Blick da oben noch, die beiden. Also man sieht, derjenige spielt auch aktiv und das ist doch einfach auch schön zu sehen. Und wenn dann natürlich dann noch nicht alle Mauern auf Level 12 sind oder so oder auf Level 11, ey, wen juckt's? Wenn du Spaß dran hast, wenn du gerne spielst, wenn du aktiv bist, dann lass dir auf jeden Fall nicht von irgendwem reinreden und sagen, äh, ja, deine Base wäre schlecht oder du machst was falsch oder sowas. Das musst du für dich selber entscheiden. So, natürlich, trotzdem darf man sich natürlich gerne Tipps holen. Das mache ich natürlich auch. Also ich gucke natürlich auch immer, was ich machen kann und wie ich angreifen kann und hole mir Tipps ab und so weiter. Äh, ja, das gehört einfach dazu. Dann der Sonskoch, aka Thorsten, deswegen wird er wahrscheinlich auch Thor heißen, das ist der nächste auf meiner Liste, vom Claner Rammstein. Geile Band übrigens. Sehr geile Band. Clan Krieg wird immer mittwochs und sonntags gestartet. Wer auf grün ist, bitte beide Angriffe nutzen. Das ist auch nicht schlecht. Äh, Aktivität ist Voraussetzung. Wenn ihr noch sucht, 30 von 50 sind hier drin, Level 4 Clan. Ähm, 63 gewonnene Sterne, aber 139 gewonnene Angriffe. Respekt. 21er König, 25er Königin, Rathaus 10. Ah, der Golem-König. Ich kann verstehen, dass viele den haben, weil das einfach der geilste Skin ist. Zumindest beim König, finde ich, ist das der geilste Skin. Bei der Königin ist es auf jeden Fall für mich die Kriegerkönigin, aber der neue Skin hier für die Königin ist auch nicht schlecht. 123 Millionen und 136 Millionen, das ist halt immer ein anderer, also ein Indiz dafür, wie weit derjenige ist. Die sieht doch gut aus. Die sieht doch gut aus. Komm, warte mal, ich gucke mal eben ganz kurz in die E-Mail rein. Äh, wie heißt derjenige? Warte mal, Sanz. Wir gucken einfach mal. Warte mal, jetzt finde ich ihn nicht wieder, oder was? Moment. Sanz. Koch, da ist er doch. Er hat aber nichts dabei geschrieben, nur dass er aus Deutschland kommt und auf Android spielt. Er schrieb, Gruß Thorsten. Alles klar. Das ist ja nun wirklich jetzt mal ein Base-Design, was man kennt. Eine sehr, sehr, ja, eine sehr, sehr bekannte Base, würde ich mal sagen, aber auf jeden Fall nicht schlecht. Auf jeden Fall auch als Hybrid, finde ich auch, es ist ja auch nutzbar, denn jedes Mal, wenn das Rathaus halt so weit mittig ist, dann hast du da im Endeffekt zwei Fliegen mit einer Klappe, die du schlägst, denn in diesem Fall, auf der einen Seite, die Lager sind schön verteilt, einmal außenrum, das ist schon mal ganz gut, und auf der anderen Seite hast du halt das Rathaus super mittig, bedeutet, es wird dem Angreifer natürlich auch schwer gemacht, dann da in die Mitte reinzulaufen und dann da alles wegzuholen, von daher ist das auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Feger, ja, könnte man vielleicht sogar beide auf einmal freezen, ist aber noch in Ordnung. Infernus in der Mitte, X-Bögen in der Mitte, Helden in der Mitte, Clanburg in der Mitte, Dunkles Lager in der Mitte beim Rathaus ist in Ordnung. Luftabwehr schön verteilt, Minenwerfer schön verteilt, Kanonen und Bogentürme sieht man ja immer außen, ist auch nicht schlecht, und das ist auch nicht schlecht, wenn du den Bombenturm immer in der Nähe hast von den Lagern. Das macht auf jeden Fall was her. Zu den Mauern, die sind schon alle auf Level 11, im Endeffekt ist er ja fast fertig. Gut, man sieht jetzt hier noch den Unterschied, der ist auf Level 3, der ist auf Level 1, den müsste er noch machen, wobei die Kanonen hatten wir eben schon gesehen, die waren glaube ich noch höher eben. Die waren glaube ich noch höher, dass du da noch dieses etwas Flammen-Lava-Design noch mit reingekriegt hast, aber zumindest was es die Mauern angeht, sieht das auf jeden Fall schon mal ganz gut aus und dann auf jeden Fall noch darauf achten, wenn du jetzt eh schon so weit bist, dass du noch die Helden ein bisschen höher ziehst und natürlich dann auch die Gebäude nachziehst, denn dann bist du ja im Endeffekt fertig mit Rathaus 10 und wenn du dann als Max-10er auf Rathaus 11 gehst, dann ist das natürlich auch immer noch ein bisschen besser. Das war auf jeden Fall Thorsten, aka Sanz Koch, aka Thor, und jetzt kommt Nummer 5, der Letzte, der jetzt hier einen Goldpass noch gewinnt und bei den anderen Besuchen, wie gesagt, ich besuche dann trotzdem noch, auch wenn ich jetzt dann in dem Sinne dann keine Goldpässe verschenke, aber Besuch ist ja trotzdem cool, RP 0820. Fabu, das passt auf jeden Fall, denn er heißt Fabian, in der E-Mail, spielt auf Android, kommt aus Deutschland und das ist jetzt mal ganz interessant, denn jetzt haben wir hier ein Rathaus 8. Viele Truppen auch, ja, schon erhalten, das zeugt auch von Aktivität, 48 gewonnene Angriffe, 6er König ist in Ordnung, natürlich klar beim Goldstehlen als Rathaus 8er bist du einfach noch nicht so weit. Wer nicht angreift, ist weg. da ist der Eduard ganz hart, also 45 Leute, wenn ihr noch einen Clan sucht, Sputnik, Level 3, wir gucken mal drauf, Fabian, ja, man sieht die neuen Mauern, die hat er jetzt da schon, äh, teilweise auf Level, ja, sind schon auf Level 5 gezogen, aber du musst jetzt auf jeden Fall aufpassen, das ist jetzt ganz wichtig, denn aktuell sieht das ja noch so ein bisschen aus wie so ein Flickenteppich, äh, Level 8, Level 7, Level 6, Level 5, das finde ich sieht nicht aus, was auch meiner Meinung nach der abgrundtief hässlichste Mauerlevel ist, Level 6. Es sieht einfach nicht aus. Ich verstehe nicht, wie jemand bei Supercell auf die Idee kommen konnte, solche Mauern in das Spiel zu bringen, ich verstehe es nicht, es passt einfach überhaupt nicht. Ich finde, es passt einfach überhaupt nicht. Die Mauern, die 7er Mauern, okay, okay, man könnte vielleicht argumentieren, das Elex ist ja auch in der Farbe circa, aber trotzdem, ey, das ist, ich weiß es nicht, ich finde, es passt einfach nicht. Was du machen solltest, trotzdem natürlich erst alle Mauern auf Level 6, dann alle auf Level 7 und dann alle auf Level 8. Aber nicht anfangen, teilweise schon auf Level 8, teilweise auf Level 7, teilweise auf Level 6, teilweise auf Level 5, das passt irgendwie nicht, aber wir kommen mal zu Base. Das Base-Design kenne ich auch, ist aber auch ganz cool eigentlich für Rathaus 8, weil es halt auch einfach super aussieht. muss man sagen, die Lager ist in Ordnung, sind weit auseinander, Clanburg ist mittig, das würde ich vielleicht, da würde ich vielleicht noch gucken. Allerdings Luftabwehr ist, wenn du jetzt die beiden tauschen würdest, wäre auch blöd, weil dann hättest du die Luftabwehr nicht mehr gescheit positioniert. Minenwerfer sind in Ordnung, Kanonen sind in Ordnung, Luftfäger ist in Ordnung. Im Endeffekt von der Positionierung kann ich da gar nichts zu sagen. Sieht ganz gut aus, weitermachen einfach, und ich hab's ja gesagt, Mauern natürlich jetzt erstmal hochziehen, denn, ja, es ist auch einfach ein optischer Punkt, der da immer mitschwingt bei Mauern, dass du gucken musst, dass du halt die Mauern zumindest auf so einem einheitlichen Niveau hast oder zumindest zwei unterschiedliche Mauerlevel, nicht vier, fünf Mauerlevel. Das sieht dann einfach irgendwann nicht mehr aus. Aber okay, das war Fabian und das war schon mal die erste Episode, Dorfbesuche und es kommt ja auf jeden Fall noch eine Episode Dorfbesuche, wo dann halt noch ein paar Leute aus den E-Mails besucht werden, unabhängig von einem Goldpass. Ich hoffe, ihr freut euch und wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020